Es gab diese Idee, eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern. Das Schicksal holt er trotzdem ein. Evakuiert die Stadt. Aktiviert die Verteidigungsposten. Und gebt diesen Mann einen Schild. Das Universum ins Reichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier, so wird mir doch ein Nächeln ausgesehen. Wer zur Hölle seid ihr denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017